so hallo zusammen vielen dank fürs zusehen für farglass 6 unsere nächste aufgabe ist vernichtet das gift ich zeige es auf der map das ist dann auf drei stationen wir haben einmal die luft säubern ok von carlos montero da ist wieder carlos montero also es gibt drei insätze wir nehmen einmal den ersten der was nur ich glaube nur 800 meter entfernt ist das werden wir dann zu fuß ja ok 626 meter los geht's wir werden kein pferd nehmen wir gehen da zu fuß hin munition habe ich noch 10 schuss warum habe ich noch 10 schuss ok erste waffe ok da haben wir genug das muss jetzt reichen jetzt einmal supreme ist auch vollgeladen flammenwerfer haben wir auch und munition und wurfmesser haben wir sieben wurfmesser wer bellt denn da so auf geht's nun mal gleich mal herunterspringen mit den hühnern ah perfekt das klauen das naja ich lasse ich in ruhe weiter geht's so 500 meter oder 540 meter geht's in die richtung kapak ist der streicheinheit na wirst nicht gestreichelt werden na komm komm na na was ist los mit der ke zum streicheln na will nicht gestreichelt werden ok wirst du nicht gestreichelt werden ok weiter geht's so paar meter noch einmal dann haben wir es geschafft schau mal welche ok wirst du hinten rot egal das sind gegner ja ich weiß nicht die gegner sind eigentlich da vorne auf was ich markiert habe so da bringt kein runterspringen stücke noch was ist das ein schwein warte hier innen na warte mal ok danke kapo wer ist was ist mit dir los die sind schon weg jetzt hast du was zum sagen auch nichts zum sagen ok nix ja dann weiter geht's das haben wir doch keine munition ok das ist gefährlich also der hat mich entdeckt na komm 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 ah der den kill mal von hinten das ist der nächste ok der versteckte ich brauch ein ding jetzt steht er nicht so der Hund ja wo ist der ist weg so jetzt ist der Alarm los gegangen muss der Alarm ausschalten muss der Alarm ausschalten hilft nix ja alter was machst du wo bist du denn ich mit dem mit dem mit dem mit dem jahr da ist es eh schon da haben wir eh schon vor mir da brauche ich nichts lange herum tun ne 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 ich pack mich nicht mit dem wofmesser schießen Das ist explodiert, das war es jetzt. So, warte, wir müssen da flüchten, die Gift-Suppe da raus. So, warte, wir nehmen sie nicht mehr. Wer schießt denn da die ganze Zeit? Da oben, na warte. Scharfschütze ist weg, wo haben wir denn noch? So, okay, na warte, den Helikopter, du gehst da dazu, dann... Und der Helikopter ist auch weg. Einer schießt noch. Na warte. So, du bist da weg. Davon wird einer geschossen. So. Polizier. Da ist er ein bisschen. Warte, da holen wir sie mit. Und da holen wir sie auch mit, komm. Da reitet wer wieder. Abkommen. Was verdaut das Spazieren? Ja, du kommst weg. Okay, was war das jetzt? Gabbo. Also nein, das ist nicht der Gabbo, das ist der andere. Ist das jetzt erledigt? So. 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 schalten jetzt. Geht nicht zum Ausschalten. Ah, ich werde dich retten. Verschlossen? Ich darf was finden dafür. Was ist mit dir? Ja, ich weiß. Wie gehe ich das Gitter auf? Wie gehe ich ein Lama aus? Ja, mein Gott, nein. Wir tun uns auf die andere Seite. Da ist schon wieder ein Gegner. Ja, du siehst mich nicht. So, ich muss raus. Kappa retten. So, komm. Bist gerettet. Wer war der? Der ist ja jetzt. So, probieren wir es wieder bereit. Also die, okay, da ist es aber auch, das Pferd rennt durchs Gitter durch. Das ist vernichtet. 700 Meter in diese Richtung. Fahren wir mit dem Ding. Fahren wir mit dem Auto. Und gleich muss ich Gas machen. So, muss ich Gas aus. Was ist denn das für ein Duckergerät? Ah, wir nehmen uns jetzt gleich das Ding mit. So, 412 Meter. Welche 412 Meter sind das jetzt da? So, das haben wir jetzt. Warte, gehen wir auf die Karte. Nein, nehmen wir das gleich da unten. Das nehmen wir gleich so. Ah, da gehen wir doch das Fuß runter. Das, was ist da versteckt? Doch, Kisserl. Passt haben wir. Was ist das? Nützt mir nichts. Ist es weit weg. Da haben wir wieder was versteckt. Eine Schrotflinte, vielen Dank. Wer warst du? Hallo? Geht's aufklären. Geht's aufklären. Alter, das bin ich. Geht's aufklären. Was war der jetzt jetzt? Das ist alles vernichtet. Ah, alles wird vernichtet. Okay, da schießen sie gegenseitig um. Ja, du kommst weg. Sonst nur irgendwer. Soll ich das verbrennen? Soll ich das verbrennen? Ah, das lassen wir so austreten. Wir setzen dann gleich die Suprema ein. Und wir schlägen sie durch den Tunnel durch. Ja, machen wir so. Machen wir die Abkürzung. Okay, warum? Ich schieße gleich die Tank in die Luft. Das ist das Gescheiteste. Da haben wir auch wieder wen. Okay, zwei. Also, Maschinengewehr. Wo sind die Tanks? Scharfschützen? Wo ist der Scharfschützen? So, der erste ist weg. Der zweite ist weg. Der dritte folgt. Ja, das war dreimal. Das war nix. Da ist wieder wer. Da bin ich. Du kommst mal vorher. Da kommst du. Danke. Ah, wir gehen jetzt auf den. Was ist mit dir los? Was steht da was nach Nachrichten? Pilotenzeitplan haben wir keinen. Das erste ist weg. Das war schon. Na. Ja, das machen wir mit dem Maschinengewehr. Komm. Na komm. Und. Das Flugzeug ist weg. Das ist der zweite Tank. Okay, das ist kein Tank. Doch. So, dann. Der ist da und der ist da. Jetzt ist das Gift weg. Okay. Okay. Hinter mir schüßes. Nein, ich glaube nicht. Na. Wo. Wer schüßt auf mir. Wo ist die Schußt? Wo sie Schufschüß. Wo sind sie Schufschüß? Ja. Na. Ich bin jetzt. Da haben wir die Kaffee in Roo. Was haben wir hier? Warte, ich rette dich, was auch immer, da war noch ein Flugzeug. Da ist der Scharfschütze. Ja warte, ich muss Scharfschützen quernehmen und so weg mit dir, na falsche Tasten. Ja, ich weiß das nicht mehr gleich mit, na komm, nicht auf Scharfschützen quer sein, da sind wir fertig, auf geht's. Wir müssen zur nächsten Runde, ich markiere es. Ok, das letzte. Warte, nein, nein, ich scharf Schützengewehr. 178 Meter, da ist ein Tanker, ok. Ok, das ist das nächste Ding. Na, geht's ja nicht, so weit geht ja nicht. Ok dann. So, jetzt starten wir. Scharfschütze, ist keiner da, ok. Da ist auch da drüben. Ist auch keiner da. Da ist wer. Ja, den muss ich zerschießen oder eben. Ja, den können wir gleich hinten ausschießen. So, der ist weg. Na, Geppet, das gibt's ja nicht. Ich hab noch ein Ball zum... Da. Trete um. Ja, fuck, jetzt zuckst du. So. So. Ein Offizier. Ich muss wirklich das sein. Bevor das Alarm losgeht. So. Ja, ok, da schießt man gleich mit. Das war so nett. Ah, Gift, 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 Jess, Gift. Ja, warte, werde ich retten. Und sehe ich den Tank. Na, da muss ich nach hinten gehen. So, warte, 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 was ist der Tank jetzt? So, weg ist er. Ja, das ist ja wieder der Nächste. Ja, warte, dann geht's los, dann fliegst du. Du bist weg und... Ja, der letzte Schuss oder wie? Okay. So. So. So, das nehmen wir sie mit. Das ist erledigt. Ja, jetzt gehen wir mal. Wer schießt du auf mich? Irgendwas schießt du auf mich? Der Einsatz hat abgeschlossen, aber trotzdem wird noch geschossen. Na komm. Komm. Das geht wieder einer zur Steuerhautzer. So, das war's. Na du kommst weg. Jetzt ist es abgeschlossen, sagen wir nicht sollen, haben wir sie zurückreiten. Ich muss da raus. Ich spreche mit Carlos. Ja, wo ist der Carlos? Ja! Mal mit Mariette. Mal mit Mariette. Mal mit Mariette. with Pedagogik. Va. wenn mal mit Mariette. 입니다. vor dir. Sind wir ja, dass wir dieņ process fácil findet, Und jetztfalls� nach counties leicht? Herr Storz. Bis zum nächsten Mal.